so hallo wir machen weiter bei cult of the lamp letztes mal haben wir den dritten abschnitt in der dritten stage gespielt und ganz viel hier erweitert und gemacht und und gedingst es lässt sich gar nicht als ihr wisst es lässt sich mal gar nicht zusammenfassen was man es gemacht hat wir haben jetzt hier ein samenzieler das ist glaube ich so eine der größten neuerungen und ja und wir haben einen neuen abschnitt freigeschaltet den ich austesten wollte das machen wir jetzt auch gleich kommt das machen wir sofort bevor ich noch irgendwas irgendwas verdrehen wir haben einen neuen abschnitt freigeschaltet nämlich die schmugglerstätte und da gucken wir jetzt mal hin was es hier denn hübsches gibt okay schmugglerstätte was da war irgendwann blimbo der typ will so ein auge der typ will so ein auge haben klimbo hieß der ne der so ein auge haben wollte hör zu lam kotlett du schuldest mir ein schiff die bischöfe sind schon ziemlich fiese tüme aber dafür halten sie wasserwege auf und sorgen dafür dass der handel in dieser gegend floriert aber da du hier rumläufst und sie tötest öffnet das allen möglichen monströsen bestien tür und tor meine waren zu versenken furchterregende dinger sind das mit knirschenden zähnen und übel riechendem gestank und fratzen die milch gerinnen lassen genau wie meine schwiegermutter hahaha das machst du also am best wieder gut jedes mal wenn ein bischof stirbt nimmt ein fieses monster das zeuge genannt wird seinen platz ein und von denen brauche ich die augen zu deinem glück kennt blimbo leute die ein hübsches sümmchen für das auge eines zeugen zahlen besorgt mir die augen dieser monster also ich muss jede ich muss jeden hauptboss noch mal erledigen ich besorgt mir die augen dieser monster dann kaufe ich ein neues boot und 14 quitt alles klar kollege du musst dafür bloß an den ort zurück wo ein bischof erledigt hast ja 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 eins habe ich hier bitteschön wird auch zeit schau dir das matschige ding an es wird behauptet die sekretion alles gesehen haben was es zu sehen gibt und seit jahrtausenden schweigen darüber urteilen genau wie meine schwiegermutter hier nimmt das ich habe das auf meinen reisen gefunden mit einem grundregert ach ich wieder so ein rotes ding für die fließe ja okay ich krieg für jedes august und fließt teil das fühlt sich jetzt nicht so belohnend an weil mir diese dinge nicht so viel bedeuten aber es ist okay na don't get me wrong es ist voll in ordnung so wir können uns theoretisch alle karten kaufen hinterlasse beim abrollen einen sprengsatz okay wir kaufen alle karten also da brauchen wir gar nicht drüber reden hinterlasse beim abrollen schwarzen ich hoher und das klingt auch cool ja das klingt nicht verkehrt chance 10 prozent chance auf heilung beim töten eines gegners ja das klingt auch sehr gut definitiv etwas was ich was ich gerne nehmen würde jetzt go und zerstöre zerbrechliche steine mit einem geil das geht dann dank dann läuft man schneller durch die sachen durch aber man muss ja auch erstmal diese karten ziehen nur dass ich die jetzt ziehen kann heißt ja nicht dass ich sie ziehen werde das ist ganz klar so wir haben direkt alles aufgekauft so einfach ist es so was haben wir hier zu der seite in die dunkelheit blicken aha da ist er wieder da ist er wieder let's go kleines haben so treffen wir uns wieder eine wunderschöne nacht nicht wahr gedeiht dein kult sind sie ergeben sind sie stark nun du weißt was sie sagen das beste was ein anhänger tun kann ist zu folgen sagt was hältst du von einem weiteren geschäft ich würde die jagd hat heute spärlich in ertrag gebracht zu viele jäger und zu wenig beute wenn du mir eine dein treue anhänger bringst gebe ich etwas im tausch was habe ich damals auch den anhänger opfern müssen ich muss es machen ich will wissen was passiert ich muss jetzt wirklich einen ob okay man kann den nicht wieder erwecken wenn man das macht oh boy also der ist dann wirklich wirklich weg ja okay natürlich kein von euch dann nehmen wir einen der sowieso bald alt werden wird guck mal er ist 55 man es fühlt sich egal wie man es macht es fühlt sich immer kann ich nach alter sortieren ja tatsächlich kann ich das natürlich nicht also euch natürlich nicht klar seit jetzt ganz oben aber weil die auch wiederbelebt wurde zeit der ganz oben logischerweise ja dann ist natürlich der erste die zeit 33 tagen ach es fühlt sich falsch ach ich will aber wissen was passiert ja komm let's go ich bin gespannt ob das jetzt glaube kostet ich hoffe nicht dir wird es da bestimmt gut gehen hat natürlich er ist einfach weg ein weiteres zufriedenstellendes geschäft hier nimmt das nun entschuldige mich bin völlig ausgehungert wehe du gibst jetzt so ein fließdrecks ding ich hab's geahnt ich hab's geahnt ich hab's so was von geahnt okay aber aber es hat keinen es hat kein glauben gekostet ich hab's geahnt es fühlt sich trotzdem gut an hier ist die schnecke nummer vier und es hat noch nichts getan es hat sich immer noch nichts getan es hat sich immer noch nichts getan es hat sich immer noch nichts getan okay neue anhängerform es hat sich immer noch nichts getan das heißt dann doch aber kitzeln relikt das ist das ist von dem einen ding der gesagt hat im fisch oder so na lol beschwöre eine neue waffe mit erhöhter stu alter das ist das ist das ist ultra stark wenn wir dieses relikt jemals haben das ist ja ultra stark let's go ja das war kudais relikt jo das ist ja ultra stark ich komme auf mein leben nicht mehr klar aber was ist mit diesen schnecken kann dann muss es doch jetzt noch eine zusätzliche welt geben die mit den schnecken zusammenhängt oder also wo die schnecken vorkommen aber gut also wir haben jetzt schon wieder einiges gesehen und gemacht gut pass auf wir gehen wieder zurück nach hause dann muss es noch einen fünften ort geben weil wenn die schnecken immer noch nicht ich habe ja auch noch ein haus ich habe ja noch ein schneckenhaus also theoretisch muss es doch einen fünften ort geben ok die steinmine hat keine steine mehr ah die ist zusammengebrochen ne ja ja klar ist in ordnung steinmine ist weg so hier haben wir jetzt auch alles sehr schön jetzt haben wir richtig viele steinblöcke und holzdinger ähm wir machen mal noch mehr so holzteile und mehr so steinteile einfach einfach just in case dass wir das zeug mal haben wenn wir es brauchen wir haben ja von allem gerade mehr als genug so pupret du sollst dich doch schonen freund es sind gerade so viele krank ich wird es bei der predigt wahrscheinlich kaum was bekommen aber gut so ich kann ich wieder uberziehen dann haben wir dich glaube ich jetzt auch wieder safe und du kannst jetzt ja wollo du kannst jetzt hier in unseren kult hinein kriegst du auch gleich ein geschenk von mir bleib mal hier freund erstmal inspirieren wir dich so dann kriegst du ein geschenk nämlich die naturhaltskette und wenn du damit bonus ressourcen erntest wirst du auf jeden fall dann äh ja geh mal bäume fällen so gut dann können wir hier weiter inspirieren sehr gut sehr schön ohne tafel ist vollständig let's go wir können hier inspirieren nur die ganzen kranken hier jetzt na ne die kann ich nicht inspirieren die müsste ich wahrscheinlich dafür erstmal wecken auch wieder das fühle ich jetzt nicht so die sollen sich auskurieren die wecke ich jetzt nicht extra auf alter feit du hast hier wieder hast hier fleißig bist du hier am arbeiten na lass dich mal schnell inspirieren kollege so lass dich mal schnell inspirieren zack wunderbar sehr gut hab ich hier schon inspiriert ne hier unten hab ich noch nicht inspiriert na oh jetzt ist das ding auch noch zusammengebrochen so dich hab ich inspiriert na ja und ne neue quest spirituelle reise ja machen wir sowieso gleich wieder ja das ritual der gehörnwäsche werden wir gleich wieder durchführen bevor wir auf die nächste stage gehen absolut wenn wir sowieso gleich durchführen ja kein problem hatte ich eh vor problemlose quest die man gerade noch mitnehmen kann ok Jana ist nicht mehr krank sehr gut und der erste ist auch nicht mehr krank ok dann warten wir noch Bartmann dürfte auch gleich wieder gesund sein die sind alle gleich wieder gesund nur Pupere ist dann ok wir warten noch kurz bis die wieder fit sind das ist sofort der Fall und dann machen wir Predigt dann kann ich schon mal gucken dann kann ich schon mal gucken ja wir können gleich mal das verbesserte Heilquartier machen verbraucht nämlich weniger Ressourcen also wunderbar kann eh nur einmal gebaut werden passt das können wir direkt bauen ich muss nur aufpassen dass ich die Predigt mache bevor der Tag rum ist nicht dass es Nacht wird ganz wichtig so wunderbar jetzt kann man mal gucken jetzt braucht man nur noch 10 jetzt braucht man nur noch 10 Blumen dafür super äh dann heilen wir Pupere mal sofort weil der braucht noch länger sonst sehr schön so und die dürften ja auch gleich gesund sein wieder weil da ist ja das Symbol schon fast weg also das dürfte ja sofort laufen da warte ich kurz noch ab da warte ich kurz noch ab so wir können schon wieder hier reintun nice so haben wir jetzt eigentlich den vollen Bereich genutzt für die für die oh wir brauchen erstmal neues Geld Anhängerfleisch alles verkauft sehr schön so haben wir jetzt hier den gesamten Bereich ja okay um die Farm rum habe ich jetzt alles zu einer zu einer Ackerparzelle gemacht ja okay mehr geht nicht mehr geht literally nicht ich bräuchte sozusagen eine neue Farm für die nächsten Ackerparzellen könnte man sich überlegen aber machen wir jetzt erstmal nicht Bartman ist nicht mehr krank nice fehlt nur noch er hier fehlt nur noch C-Paar und noch ist Zeit für die Predigt noch ist Zeit für die Predigt das dürfte gleich sein achte jetzt auf die Meldung an der linken Seite das dürfte gleich passieren ah hier kann ich auch schon entladen C-Paar ist nicht mehr krank let's go rein da Predigt so jetzt gibt's wieder ganz viel ganz viel Stuff wir waren ja letztes Mal bei 99 also auf jeden Fall kriegen wir ein Level ab okay let's go ähm ich wird glaube ich erstmal auf die Relikte gehen ich glaube wir machen die zwei Reliktgeschichten hier fertig und dann die Waffen hier und dann zum Schluss die Flüche ich glaube das ist so die Reihenfolge die ich angehen werde ja ich glaube das ist die Reihenfolge die ich angehen werde Gesegnete Relikte was immer das bedeutet keine Ahnung achso ah Gesegnete Puderdose ich schwöre zwei Dämonen ah das ist dann wahrscheinlich lass einen Blitz aus Stürmen Chance auf den okay das sind also ja ja okay alles klar das ist zum Beispiel der Normale zerstöre alle aktiven Tarotkarten Waffen und Flugstufe erhöhen sich pro zerstörter Tarotkarte klingt nicht so gut und hier wäre zerstöre alle aktiven Tarotkarten jeder zerstörte Kartik wird ein halbes ah ok das sind einfach dann andere andere Varianten ich verstehe so da gibt es trotzdem nochmal ordentlich ordentlich Geschichte hier sehr schön dann haben wir eine neue Tafel die letzte Gesetz- und Ordnungstafel Führe im Tempel ein Ritual durch bei dem du einen Anhänger zum Glaubensvollstrecke ernennst der im Kult patrouilliert und die Loyalität deiner Anhänger erhöht klingt grundsätzlich super wenn das andere jetzt Mist ist ist das schon mal super also das auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt Führe im Tempel ein Ritual durch bei dem du einen Anhänger zum Steuereintreiber ernennst der Essen von den anderen Kultmitgliedern einser Essen? wie ist so sammelt der Essen ein? Ne Ne Loyalität erhöhen finde ich finde ich besser let's go sehr schön kostet 37 Knochen zieht Glauben ab warum auch immer aber ok was auch immer die dagegen haben gut dann haben wir den Kollegen hier so jetzt wird's erstmal Nacht wir lassen jetzt erstmal die Nacht laufen mein Plan ist nämlich ähm während der Nacht ein bisschen Dings zu spielen ein bisschen Würfelspiel zu spielen na vielleicht kriegen wir dann nämlich sogar noch eine neue Predigt raus am nächsten Tag bevor wir uns auf die auf die Mission begeben so lange hält nämlich auf jeden Fall die Quest noch aus mit der Gehirnwäsche so lange hält die Quest noch aus mit der Gehirnwäsche ups so und ich wollte mich ja auch schon längere Zeit mal informieren nice so ich wollte mich ja auch schon längere Zeit mal informieren ähm was ich jetzt brauche um Dings zu erhöhen um um eigentlich eigentlich nicht das Toilettenhäuschen aber wenn ich das gerade so sehe könnten wir es eigentlich gleich mal machen größeres Fassungsvermögen ah ja das Dämonen-Ding erstmal stopp erstmal das Dämonen-Ding so erstmal das Dämonen-Ding bevor ich jetzt hier irgendwas wieder verdrehe wird jetzt hier erstmal schön Dämonen-Teil gebaut wo bauen wir das denn mal hin ich denke hier oben passt es ganz gut hin so zack so ähm das ist das Reinigungsteil ne ich wollte ist das bei Glau... ah hier ist das Missionar 2 okay Missionar 2 können wir auf jeden Fall schon mal machen das ist hier praktisch ein Level Up zack und Missionar 3 ja braucht halt die Holzdinge und Goldteile okay alles klar gut 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 ähm irgendwie klappt es noch nicht so richtig dass die Richtigen hier rein gehen weil ich dachte ich habe das mal zugeordnet aber irgendwie habe ich es nicht richtig zugeordnet keine Ahnung ist ja egal so ich baue das mal grad schnell auf dann geht die Nacht auch rum wir müssen auch nicht Astra Galoi spielen äh 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 Tora warum warum schläfst du hier? hast du kein Zuhause? unbewohnt Tora? ne Toriul Tora hier das ist jetzt dein Zuhause warum auch immer du jetzt da schläfst sind doch genug Betten hier sind doch genug Betten hier soo Alter die Nacht geht viel zu schnell rum holy shit ja das Würfelspiel ist nicht so wichtig ich habe es nur kurz angesprochen weil ich dachte damit kann man gut die Nacht verbringen Schlafsack ist zusammengestürzt ach leckt mich doch fett pass auf wir machen jetzt aus dem Schlafsack erstmal gleich ein Dings ne gescheite Hütte so zack dann haben wir das schon mal so jetzt interessiert mich ok ach so das ist noch die das ist noch das zweite ich wollte gerade sagen äh so Dämonen beschwören was ist hier was ist hier los also man kann hier aber ich opfere muss ich also opfere ich da durch den Anhänger oder oder was passiert da mit dem Anhänger weil das ist das wäre mir noch wichtig ich will hier niemanden opfern ich will hier niemanden opfern aber dieses Dämonen Ding scheint noch ein Spielelement zu sein was was ja relevant ist irgendwo hier steht hier zum Beispiel dort greift den nächsten Gegner alle paar Sekunden mit Nahkampfangriff an also das begleitet mich einfach ist das so ein Begleiter so ein Dämon fliegt weg und kehrt mit roten Herzen zurück ok du erbeutest bessere Lebensenergie Gegenstände der Explosionsschaden erhöht sich visiert einen zufälligen Gegner an und explodiert in seiner Nähe joo klingt alles nice Ketten drohen Herzen zurück ok der hat das gleiche wie der oben Explosionsschaden schießt Projektile ok also es gibt nicht so viele verschiedene Arten von Dämonen ja interessant ne es scheint schon was zu sein was man auf seiner Tour grundsätzlich dabei haben möchte ach und je nachdem was für eine Stufe das ist gibt es auch besseren Dämon scheinbar also ich glaube nicht dass man da seinen Anhänger opfert das wäre irgendwie weird das wäre irgendwie echt weird aber wir werden es dann mal testen glaube ich als erstes mit einem Anhänger der relativ neu ist ich glaube mit Balzbub werden wir es dann mal testen so jetzt inspirieren wir erstmal wieder durch die Bank ich sehe es schon kommen der ganze Part ist wieder nur Vorbereitung wir schaffen es doch nicht zur Boss Stage heute weil ich hier die ganze Zeit rumwurschtel ich sehe das schon kommen so gib mir das hier wird fleißig gebaut da kann man auch eine Masseninspiration machen sehr schön Bartman macht auch gleich wieder hier ein Level ab wunderbar hier ist auch was los ich will nicht gießen ich will mit nicht will nicht ich will mit denen reden so sehr gut es läuft viel zu krass okay wir kriegen direkt die nächsten die nächsten Dinge zusammen ja easy okay Missionar haben wir jetzt auch voll aber okay jetzt pass auf jetzt gehen wir auf Dämonenbeschwörung weil jetzt habe ich hier kann ich jetzt mehrere beschwören wahrscheinlich oder? hier verbessert beschwöre zwei Dämonen gleichzeitig Yo let's go Knochendekoration sind eigentlich völlig egal gewähre deinen Anhängern beim bewundern glauben ah ok ah ok die haben sogar einen Effekt diese Dinger die Dekos hier haben keinen Effekt oder? die ich hier noch nicht freigeschaltet habe ne nur verschönern okay diese Knochendekos wären sogar dann ja fast sinnvoll so und das ist dann einfach drei Dämonen ja geil okay Dämonenbeschwörung ist damit auf jeden Fall etwas was wir noch angehen sollten zack auch wenn ich wie gesagt noch rausfinden muss dass das nicht dass das kein Opfern ist wenn das Opfern ist bin ich raus aber hier heißt es ja beschwöre Dämonen da steht nichts von ich opfere die ne? also ich hoffe dass das dass die nicht dabei sterben es sieht halt irgendwie so ich weiß es noch nicht aber wir werden es wie gesagt mal einmal austesten auf jeden Fall geht ja gar nicht anders ich muss es ja testen so ok cool ähm für die gemeinsame Unterkunft brauchen wir immer Steinblöcke Goldblöcke und Kot das haben wir genug also Dünger meine ich natürlich und um zu verbessern brauchen wir das spezielle Holz und die Blöcke ok aber hier kriege ich halt immer drei unter also ich würde schon tatsächlich grundsätzlich diese diese ne wenn ich jetzt mir vorstelle anstatt dass ich hier warte wir rechnen das jetzt mal aus bin ja blöd ähm ich bräuchte ja drei große Unterkünfte um drei unter zu bekommen das heißt ich würde neun Dünger das sind hier schon mal acht ich würde sechs Goldblöcke ok das sind hier zwei mehr mhm das sind hier zwei mehr hier sind sechs und hier sind acht hier bekomme ich aber zusätzlich sogar noch während des Schlafens Hingabe hier nicht hier sind einfach drei zusammen in einem Haus es nimmt einfach nur weniger Platz weg aber das hier kostet mich acht Steinblöcke und das hier kostet nur zwei also das wären sechs von diesen Holzdingern dann ist es doch günstiger dreimal eine große Unterkünfte zu bauen als einmal so ein Ding dann ist das doch teurer es nimmt halt mehr Platz weg so aber dann gehe ich auf die Teile ganz ehrlich dann gehen wir auf große Unterkünfte stürzen die zusammen haben wir den Stress nicht mehr und gibt sogar noch Hingabe beim Schlaf ne also ne bin ich ganz ehrlich dann bin ich eher jetzt Fan davon so dann bereiten wir das nämlich schon mal vor dass wir hier wieder ein paar solche Dinger machen wir brauchen mehr Holzteile so dann bereiten wir das alles schon mal vor und dann werden wir demnächst aus den ganzen Hütten da äh weißt du schon machen oh ich muss Predigt noch halten hab ich ganz vergessen hab ich eigentlich nicht vergessen aber ne let's go so reicht aber noch nicht ganz nah ne ist ok ist ok ist ok gar kein Thema gut dann starten wir die nächste Geschichte hier Gehirnwäsche das ist ja sowieso ne Quest gewesen so so alles klar so alles klar so 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 dann hätte ich gerne jetzt einen Glaubensvollstrecker um das mal auszutesten kann ich aussuchen wer das macht ja sehr gut dann ist das natürlich einer von euch mich würde es interessieren ob derjenige mit der höchsten Stufe auch am höchsten Loyalität deswegen werde ich mal Bartman wählen Bartman wird jetzt Glaubensvollstrecker ok hallo hallo Hut so und dann äh ja die Texte an der Seite gehen aber auch echt immer schnell wieder weg ich komm gar nicht dazu die zu lesen kann man die irgendwo nachlesen bei Kult vielleicht Benachrichtigungen hier Glaubensvollstrecker ja die minus 15 kostet nix weil ich den äh Gehirnwäsche Dings hab Predigt gehalten Ritual Gehirnwäsche ok ne mehr steht war das alles was dort stand und das habe ich nicht gelesen? keine Ahnung egal so wo ist jetzt mein Kollege von dem ich die Quest abholen kann hier let's go ok alter direkt die nächste Tafel sehr sehr schön so muss das ok beschwören wir den Dämon beschwören wir den Dämon ähm also am sinnvollsten ich würde jetzt mal den hier nehmen mit diesem Nahkampf Schaden wahrscheinlich ist der jetzt wegen Stufe 2 halt auch nicht so stark aber wir probieren es mal aus konvertieren ey ich hoffe der ist dann nicht tot oder so aber wir werden wir werden sehen was passiert wir werden sehen was passiert balzebub wurde in einen Dämon verwandelt ok interagieren ja und jetzt wie nehm ich den jetzt mit? oder ist jetzt automatisch ist jetzt automatisch dabei wenn ich in die Mission reingehe ich hoffe ja ey nicht dass ich den jetzt konvertiere und dann nehme ich ihn nicht mit ne das wäre das wäre halt dumm aber ich kann hier nicht ich kann hier nichts auswählen aber das wird schon passen ich vertraue mal drauf dass das schon passt so wir bauen noch geschwind einen neuen Holzplatz und einen neuen Steinplatz dass die währenddessen auch wieder Holz und Steine erstellen äh nicht herstellen sondern abbauen oh kann ich nicht weil ich kein Geld mehr habe schwierig wir brauchen aber nicht so viel Geld ne ja komm guck mal wie viel Beeren wir haben wir verkaufen halt ein paar Beeren so jetzt sollte ich wieder genug Kohle haben eine zu wenig eine Münze zu wenig eine Münze zu wenig du willst mich doch verarschen hier so mein Gott so zack hier so Alter das ist auch schon fast voll macht mich doch nicht wahnsinnig Freunde so zack let's go dann müssen wir noch Essen vorbereiten ja komm ihr kriegt viel Fleischbrei so machen wir mal so viele und dann geht's los dritter Boss wir kommen aber ne jetzt habe ich keine Kohle mehr ja jetzt habe ich keine Kohle mehr du musst jetzt leider da noch hängen bleiben ich hole dich später so ich hoffe das mit dem Dämon funktioniert ich bin gespannt ok wir beginnen uns gleich am Anfang wieder bin fort Bestie suche woanders genug Turm du wirst die Schwelle meines Tempels nicht überschreiten ach stimmt der hat ja Angst bekommen ne ja ich bin gespannt oh mein Gott ist das göttlich ah ne nur die Nekromanten schade aber jetzt nehmen wir natürlich erstmal die Waffe ganz klar und Sturm bödes Todes ja alles klar ah guck mal da ist er da ist mein Dämon ok und der greift jetzt Gegner für mich mit an oder wie sehe ich das ja wir werden es ja gleich feststellen ich muss nicht immer so ungeduldig sein ok greifst du an ja ok alles klar also auf den muss ich nicht weiter achten der macht einfach während ich da bin macht der einfach sein Ding ja ok alles klar der macht einfach sein Ding gut oh da gibt es direkt ein Relikt da gibt es direkt ein Relikt stark also vielleicht stark wir wissen es noch nicht aber das sieht nach einer gesegneten Variante schon aus gell gesegnete Perlen des Einsiedlers füge allen Gegnern entsprechende Anzahl deiner ältesten Anhänger Schaden zu null ältesten Anhänger geil ich probiere es gleich mal aus ich glaube das macht dann einfach gar nichts ja geil ich kann ihn einfach nicht nutzen perfekt also wenn man viele älteste hat cooles Relikt in meinem Fall jetzt eher nicht so ok hier geht der Weg richtig weiter ich glaube dann haben wir da oben nochmal was zu gucken aber das heißt auch sobald wir ein neues Relikt finden ist es gar kein Problem das zu ersetzen so von der Motivation her wir ersetzen auf jeden Fall alles klar so ey aber wenn man dann drei Dämonen gleichzeitig mitnehmen kann das wäre ja übel krass nur die Frage ist halt echt ob man Bartman jetzt wieder bekommt oder ob der nach der Runde ob das einfach weg ist dann dieser Dämon was jetzt wiederum nicht so krass wäre weil ich eigentlich die Anhänger schon gerne so als was nicht nur als Tool sehen möchte auch wenn ich sie amore ich es ist so widersprüchlich es ist so widersprüchlich in diesem es ist ja red man einfach nicht weiter ja das habe ich das habe ich jetzt schon mehrmals und ich will nur die scheiß Karte ziehen lass mich in Ruhe ich habe das verstanden also ich habe nicht verstanden wie es geht aber ich habe es verstanden dass es das gibt Angriffstempo erhöht sich let's go Karte wird aufgelegt interessiert mich ehrlich gesagt nicht nein nein ich wollte den so wie viel Geld brauchen wir für die neue Karte ah 3 Münzen fehlen noch können wir uns aber dann gleich holen können wir uns gleich holen weil 3 Münzen kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen hier das ist gar keine Frage oh jetzt werde ich mich fast vergiftet so das sind meine 3 Münzen dann gehen wir erstmal zur Karte ein weiterer Tag ohne Gefangene Eigenschaft absolut ja jetzt hätte ich Glauben bekommen wenn wir wenn wir nicht gerade eh vollen Glauben hätten so was kriegen wir hier Gegner hinterlassen zweimal mehr Eifel hinterlassen beim Abrollen einen Sprengsatz ich will das mal ausprobieren so wenn ich jetzt rolle ah jetzt wird mich nur auch ich muss es testen ich muss es testen ob mich das Ding auch ob mir das Ding auch weh tut weil es hieß nicht freundliche Bombe na vielleicht teste ich es lieber nicht vielleicht teste ich es einfach lieber nicht wie wäre es damit ich teste es einfach lieber nicht so ein tödlicher Test ist jetzt auch nicht so die beste Idee okay so Kronenbrunnen okay alles klar vier Steine ja ich sag's nochmal die Dekos sind alle schön aus aber wir brauchen die Sagen halt für anderes Zeug wenn wir mal alles wichtige haben können wir ja uns um Dekos kümmern falls ich dafür die Motivation finde so okay ich denke der Weg ist klar den wir gehen hier ist ein Symbol was mir nichts sagt ich werde auf jeden Fall das LOL warte ist das ein Bosskampf der da zwischen wartet ist das dann zu klug ich muss ich muss rausfinden was das für ein Symbol ist ich muss rausfinden was das für ein Symbol ist wir müssen diesen Weg gehen auch wenn es jetzt länger dauert es tut mir leid wir müssen diesen Weg gehen da führt jetzt nichts da führt jetzt nichts dran vorbei oh lol ach Schase ich kann einfach wählen es ist egal was ich wähle da kommt dann Fleisch wagen es nicht meine Liebsten anzurühren ich warne die okay ich bin ein wenig versucht na ich habe noch nie erlebt dass hier Interaktion passiert Hör auf Hör auf ich bin ein wenig erst oh Gott ich hoffe ich mache nichts Falsches okay 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 du hast mich besiegt die Ehre meiner Liebsten bleibt ungerecht du herzloser Bösewicht tu uns einfach nicht mehr weh und im Gegenzug werde ich weiter Handel mit dir treiben bitte das mächtige Monster okay also scheinbar war es ja schon Sinn also kann nur einmal gebaut werden okay was ist das ist das was wichtiges aber das ist nur bei Dekoration also das erscheint mir nicht so wichtig was ist wenn ich sie jetzt nochmal angreife mir tut es ja schon ein bisschen leid ne aber ja okay es passiert jetzt nichts mehr aber das scheint ja schon man fühlt sich so falsch in diesem Spiel man es ist echt oh das wollte ich die Puppe ist hier auch normal erwischt es tut mir leid oh mein Gott ich fühle mich so schlecht ich fühle mich so schlecht das glaubt ihr gar nicht doppelt Münzen und kein Nebeneffekt geil let's go let's go so oh okay ja das ist immer mit so so ah Bruder ah Bruder ich wäre zu oft getroffen was ist los hier Aua vor allem ich sehe man nicht wovon ich hörte sie sind einfach sämtliche Herzen weg alter das war nicht gut kein guter Raum 10% Chance keinen Schaden zu erleiden oh geil und da gibt es schon wieder eine Tarotkarte da drüben auch sehr wichtig und richtig ok wir haben ja alles ne ja so Tarotkarte erstmal holen plus ein blaues Herz plus ein schwarzes ja dann nehmen wir das schwarze Herz ah jetzt habe ich die wieder verfehlt ich treppe ich deb kann ich schon wieder hier eigentlich nein mit noch aufgeladen schade ok kann ich ihn eigentlich aber ich kann das war jetzt eben wirklich das erste mal dass ich mit jemandem mit interagieren konnte deswegen war ich da so versucht die Schnecke anzugreifen auch wenn es sich natürlich sehr falsch angefühlt hat ok die Bombe war nicht schlecht platziert muss ich gestehen mein schwarzes Herz ist schon wieder weg was ist denn jetzt das hier ach so das geht einfach nicht oh geil da habe ich wieder ein blaues und schwarzes Herz äh ein halbes Herz zurückbekommen sehr schön so hier gibt es zwei Wege beide Wege sagen noch nicht wohin ich gehen sollte gehen wir erstmal nach hier ok hier geht es auf jeden Fall weiter ah ich nutze gerade gar nicht meine meine Speziale oh was ist jetzt wieder los fünf werden zu vier werden zu drei werden zu zwei werden zu einem und der wird zu einem das ist Shamura das ist der Boss der vierten Welt was hast du hier verloren Kalama hatte schon immer Angst vor der roten Krone ja die Angst hat ihnen einen Fightling ok Kalama ist auf jeden Fall äh ein R an meiner Tür wird es als nächstes klopfen klopf klopf das Lamm kommt um zu zerstören das Ende aller Tage was für eine Plage ok er hat einfach nur gelabert oh und er scheint sich schon mal schon mal so ein bisschen ok wir haben ja schon gesehen dass bei ihm so ein bisschen so spinnenartig alles ist von vom Tor her vom Eingang wahrscheinlich ist das schon so ein Vorgeschmack auf seine Gegner Typen oh Bruder ok und was ich eigentlich sagen wollte bevor das hier passiert ist blaues halbes Herz übrigens sehr schön äh was ich eigentlich sagen wollte bevor das hier passiert ist ich hab noch gar nicht meine Spezialattacke für die für die Handschuhe eingesetzt diese Drehung müssen wir uns jetzt auch mal genauer anschauen oh geil nice einfach neue Tafel sehr wichtig sehr wichtig und richtig sehr schön ja die Drehattacke habe ich äh habe ich jetzt schon schon länger nicht mehr eingesetzt Puprat ein hohes Alter erreicht ok schade müssen wir wieder jemanden opfern oh ok wir werden auch jetzt die Drehung nicht sehen so was haben wir hier göttlicher Wächter oder Klinge des Kreuzfahrts au statt der Handschuhe das Schwert höheres Tempo Schaden geht aber runter ja ich glaube dann behalte ich die Handschuhe oh jetzt habe ich den verjagt die Frage ist jetzt nur die Attacke hier oder göttlicher Wächter Unverwundbarkeit mit mit Projektilabwehr und Schaden verursacht ah wir nehmen das mit ich probiere es mal aus ok das ist so ein Ding ja doch ich glaube das kann man ich glaube das kann man gut einsetzen ich glaube das kann man gut einsetzen so was ist das jetzt für ein Raum ist das ein Bosskampf ne ok was passiert hier beten ok ich hole mir erstmal die ganzen die ganzen Kamelien und dann beten wir was immer das bedeutet was immer hier bedeutet was immer hier jetzt passiert wir werden es gleich wissen deine Besitztürmer werden dich über den Tod hinaus begleiten lol heißt das wenn ich sterbe verliere ich nichts ist das so ein Zwischending sozusagen dass das man garantiert hat das ist ja auch cool ah ok ja schöner Raum wenn ich sterbe verliere ich wahrscheinlich nichts ey bin ich grundsätzlich voll dabei klingt super sinnvoll wenn es so ist wie ich es mir vorstelle auf jeden Fall sinnvoll ah wir kriegen auch schon wieder fast die die nächste Dings zusammen so wir wollten austesten äh die die Drehattacke ja ok ja ok also wenn man in der Nähe von dem Gegner ist dann trifft man den schon ganz gut damit aber ansonsten ist das man muss sehr nah ran gehen dafür man muss sehr nah ran gehen dafür ist halt eine Nahkampfattacke oh Bruder also hier ist richtig hier ist brutal viel los holy shit oh ich wollte nicht zweimal die Attacke einsetzen aber das war jetzt gar nicht so verkehrt und ich habe mich trotzdem noch treffen lassen oh ist das dämlich aber das ist noch ein Gegner irgendwo hier da war noch ein Gegner boah war das wieder ein schlechter Raum für mich also mit der Energie die ich aktuell habe fühle ich es noch nicht so hier gibt es neue Waffe das könnte jetzt der das könnte jetzt der Aufstieg sein das könnte jetzt der Aufstieg sein göttliche Explosion Panzernschuhe des Sturms ja bessere Panzernschuhe anfänglich schwach aber nach abgeschlossener Kombination ok wenn ich mehr kombiniere werden sie stärker ich verstehe und Weg des Rechtschaffenden ich denke die Panzernschuhe ich denke das mit den Panzernschuhen des Sturms ist nicht verkehrt na ich denke das ist nicht verkehrt ich meine der Effekt mit dem Geist den hatten wir jetzt nicht so oft gesehen bin ich ehrlich deswegen ja so kann ich dich auch angreifen? nein ne? also es war nur die Schnecke mit der wir bis hinter oh ähm mit der Bombe ist immer noch irgendwie gruselig aber hey ok ok ja leider mich nicht voll so wir brauchen mehr Energie es ist echt schwierig ok gut aber ich meine der Eifer lädt sich auch echt recht schnell wieder auf also diese Unverwundbarkeit können wir relativ oft nutzen was gar nicht so verkehrt ist so wir haben wieder zwei Wege ok aber bei beiden kein Anzeichen dass er dass er ein Sonderweg ist ok wir gehen das mal nach unten ähm ähm das sieht super gefährlich aus keine Ahnung was das jetzt wieder ist Lebensenergie ich weiß halt nicht was es tut kriege ich eine Erklärung was das Ding tut? Lebensenergie opfern für was? oh boy wir müssen es ausprobieren weil ich muss herausfinden was es tut aber ich ach Gott aber das klingt nicht das wahrscheinlich opfere ich jetzt irgendwie so ein komplettes Herz für mehr Schaden keine Ahnung ich hoffe halt es bringt am Ende was ein einzelnes rotes Herz wurde geopfert für Herzen im Gegenzug erhalten lol ok ich habe ein rotes in drei blaue verwandelt das ist stark ist es Zufall was man hier bekommt als hätte man auch was anderes bekommen können alter das ist stark oh mein Gott das ist das ist ultra stark gewesen oh mein Gott Zepa hat ein hohes A ok wir haben schon zwei älteste lol aber wir haben jetzt zwei älteste ich kann meine L1 Waffe nutzen ha ich kann meine L1 Waffe nutzen es ist ja unfassbar ich kann einfach meine L1 Waffe nutzen so ein Ding ist das so ein Ding ist das so Boss Stage let's go ah jetzt habe ich den wieder verfehlt naja also ein rotes Herz zu drei blauen ich frage mich ob das Zufall ist was man bekommt ich frage mich wirklich ob das Zufall ist was man bekommt zwei Steine sehr schön also ich muss sagen dass mit diesem Schaden durch Kombo gefällt mir auch ganz gut weil man macht mit den Hunden ja wirklich meistens Kombo Attacken das klingt schon sehr sinnvoll und spielt sich auch sehr sinnvoll nice so ok wir könnten hier eine neue einen neuen Fluch bekommen aber diese Unverwundbarkeit möchte ich eigentlich behalten also oh das ist schön warum erkranken wir alle gleichzeitig wegen der Eigenschaft Keimphobiker ja wegen der Eigenschaft Keimphobiker verstehe wenn einer erkrankt geht es bei allen los die diese Eigenschaft haben nice noch ein halbes blaues Herz sehr geil so wir haben wieder zwei Wege aber auch hier aber auch hier deutet keiner darauf hin dass ein Weg speziell ist ok gehen wir erstmal nach links oh Bruder das ist der Moment in dem ich L1 nutze geil Alter das das war für den Raum war L1 jetzt großartig also schön dass zwei währenddessen krank äh alt geworden sind nicht 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 krank schön dass sie krank geworden sind ist es nicht nein so ok ok oh was ist mit den was ist mit den Nummern ah die Nummern sind glaube ich den weiß ich nicht ich dachte ich weiß es aber muss ich in der Reihenfolge die anderen nicht mach die trotzdem kaputt ok keine Ahnung was die Nummern waren ich glaube die Nummern waren vielleicht wie wie mein Kollege die angreifen würde weil da war bei dem einen war so eine ein ich glaube das war wie er sie angreifen würde also der Dämon aber ich weiß es nicht ob es das war das ich weiß es beim besten Willen nicht ob es das war so es hat sich gelohnt es noch kaputt zu machen ok sehr schön ok nice nope mein Gott noch ein blaues her alter wir ok energie technisch fühle ich mich jetzt schon viel viel sicherer das ist die Energie die ich für den Boss haben wollte das ist die Energie die ich haben wollte für den Boss und unser L1 ist auch wieder aufgeladen das werde ich jetzt nicht mehr einsetzen vor dem Boss ja weil da ist er schon deswegen werde ich es nicht mehr einsetzen vor dem Boss genau deswegen so ok Boss Nummer 3 ich bin ich bin brutal gespannt ich meine mich zu erinnern dass das ein Boss war bei dem Hybi Probleme hatte aber das muss ja nichts heißen Kalamar unbedeutender Kriecher du wirst noch lernen wo dein Platz ist du verstehst es nicht Lam hör auf meine Warnung und bleib fern seh ich nicht ok ok Kollege du siehst gefährlich aus oh Bruder ok wir machen erstmal den hier ok Bruder ok mit der Unverwundbarkeit ok die Unverwundbarkeit ist krass weil mit der Unverwundbarkeit kann ich die Kombos richtig schön raushauen und gleichzeitig ja ja geil die Unverwundbarkeit ist krass die Unverwundbarkeit ist übelst krass weil gleichzeitig lade ich auf ja ok die Unverwundbarkeit ist übelst krass geil geil sehr schön die Unverwundbarkeit war übel krass richtige Entscheidung die mitzunehmen alter Schwede sehr geil aber ich sehe warum der Probleme machen kann ich sehe warum der Probleme machen kann aber die Unverwundbarkeit war ja richtig krass für den ich glaube es gibt immer so spezielle Flüche die bei bestimmten Bossen besonders gut sind bisschen so wie bei Megaman wo du spezielle Wachen für spezielle Bossen brauchst also Unverwundbarkeit war hier auf jeden Fall wichtig so die dritte Kette ist gesprengt unglaublich Kalamar Trophäen kann man die Trophäen eigentlich auch nur einmal bauen? ja also solche Sachen kann man nur einmal bauen ergibt aber auch Sinn und Mosaikboden ja toll ok ja let's go Ketzer besiegt bam da war es nur noch einer Kalamar war schon immer ein Feindling dieses Land wird von Art ein besserer Ort sein jetzt da dieser erbärmlich unterwürfige Kadaver aber nichts weiter als ein Haufen Verwesen des Fleisches bald werde ich frei sein und die Welt nach meinem Bilde neu formen alle werden sich zum Kult bekennen alle werden sich meinem Namen unterwerfen schau mal mal ne? schau mal mal das Leiden wird sich in einem Triumph kehren und was einst zugrunde ging soll fortan Beute machen alles klar ja alter die vier kranken ey das ist nicht schön aber passiert so aber guckt mal wir waren so lange wir waren hier so lange unterwegs das ist krass das ist richtig krass so wieviel sind jetzt krank eins zwei drei vier fünf fünf oder meine Blumen sind komplett gleich wieder weg ne ist einer relativ schnell wieder gesund ne die sind alle super krank ja ok pass auf dann oh ich hab keine Blumen zum abbauen mir fehlt ich hab eine Blume zu wenig ah dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um die kranken es ist jetzt sowieso wir sind jetzt sowieso wir sind jetzt sowieso zeitlich am Ende der Folge so Dämonenbeschwörung 3 ah wir müssen noch rausfinden ob 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 der Dämon jetzt weg ist oder oder wie das jetzt abläuft weil hier ist der Dämon nicht mehr ich hab ok Balzebub lebt wieder jetzt ist die nächste Frage sind vielleicht die Dämonen tot wenn man selber stirbt das weiß ich nicht aber ok Balzebub lebt auf jeden Fall wieder das heißt die Dämonenbeschwörung ist nicht äh es ist nicht sowas endgültiges wo ich seh da unten ist ganz viel Schmutz erstmal hier Toilette räubern so zack zack dann füllen wir hier noch schnell den Kollegen wieder auf gott äh Düngersilo könnten wir jetzt auch langsam dann mal bauen aber alles alles mit der Ruhe und mit der Zeit yo die Sachen sind gleich wieder kaputt so deine Quest interessiert mich jetzt gerade wirklich nicht ich nehm dir jetzt auch gar nicht an mehr ich nehm dir jetzt auch gar nicht mehr an Freund wir machen jetzt hier erstmal schön neue Sachen weil wir brauchen das alles so aber nicht mehr für heute nicht mehr für heute ich mach jetzt hier Start und ich werd nichts mehr weiter jetzt tun ich hoffe ich denk beim nächsten Mal an alles mögliche aber ich mein man wird ja auch vom Spiel so ein bisschen dran erinnert ne das war ein sehr erfolgreicher Part es fehlt nur noch ein Boss bevor wir zum Finale kommen ich bedanke mich an der Stelle erstmal wieder fürs Zuschauen und sage tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.